Je mehr Nachrichten Sie erhalten, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Regeln für den Posteingang helfen Ihnen dabei. Ein Beispiel. Um sich besser durch die Flut der Nachrichten zu kämpfen, soll Outlook in Zukunft alle Nachrichten, die Sie zur Information bekommen, bei denen Sie also nur bei CC als Empfänger stehen, in einen bestimmten Ordner verschieben. So geht's. Im Register Start klicken Sie auf das Symbol Regeln und dann auf Regeln und Benachrichtigungen verwalten. Beginnen Sie mit Neue Regel. Der Regelassistent bietet Ihnen verschiedene Vorlagen an. Für unser Beispiel verwenden Sie aber eine Regel ohne Vorlage. Wählen Sie Regel auf von mir empfangene Nachrichten anwenden und klicken Sie auf Weiter. Die erste Bedingung ist, dass Ihr Name im Feld CC genannt wird. Haken Sie sie an. Klicken Sie auf Weiter. Als nächstes wählen Sie eine Aktion, die die Regel bei erfüllten Bedingungen ausführen soll. In unserem Beispiel ist es gleich die oberste, in einen Zielordner verschieben. Klicken Sie dann im unteren Fenster das blaue Wort an. Wählen Sie entweder einen vorhandenen Ordner oder legen Sie mit dieser Schaltfläche einen neuen an. Klicken Sie auf Weiter. In diesem Fenster könnten Sie bei Bedarf zwar noch Ausnahmen von der Regel definieren, aber für dieses Beispiel lassen Sie die Ausnahmen bitte links liegen und klicken auf Weiter. Vergeben Sie jetzt einen aussagekräftigen Namen und entscheiden Sie, ob die Regel nicht nur alle neuen, sondern auch jene Nachrichten betreffen soll, die bereits im Posteingang liegen. Mit Fertigstellen und OK ist die Regel fertig erstellt und aktiv. Mit Fertigstellen und OK ist die Regel fertig. Wir machen die ihm ein paar dritten Sachen. Herr Weyner dehyd weiß er. Wie zum nächsten Mal. Die Scheine haben ge 피� tenth rolls läuft gut, Die Scheine der ledigenen uns voll bubblegeln wenn eure потом Ellen Müller verlassen wurde. Vermacht schnell ihren fits Kraviert. Aber es muss jeder mal nicht sein können.